Hi, ich bin wieder. Ich bin der Pitch-Coach des Rheinland-Pitches. Ich habe mich viele, viele schöne, gute amerikanische Pitches angeschaut und viele grauenhaften europäischen. Und wie schlecht wir als Europäer uns im Ausland vorkommen. Und ich habe mich seitdem sehr beschäftigt, um uns hier vor allem in Rheinland und in Köln sehr stärker zu machen in dem Pitch-Bereich. Und warum ist es eigentlich wichtig zu Pitchen? Das ist super einfach erklärt. Wenn man sich nicht verkaufen kann, kann man auch nicht einfach nur als Gründer erwarten, in Ernst bei Investoren genommen zu werden. Weil man muss einfach auch zum Beispiel in 30 Sekunden kurz und knackig erklären können, was für ein Problem lösen wir und wie lösen wir das? Ja, wir wollen halt den Rheinland-Pitch sozusagen integriert und allumfassend wollen wir damit auch die Pitch-Kultur an sich stärken. Wir sehen nämlich, dass wir in Deutschland und auch in Köln hier im Speziellen einfach oft schlechte Pitch hatten. Das heißt, was wir machen, wir trainieren die Start-Ups hier. Wir geben auch Videomaterial im Nachhinein, damit man sich das nochmal anschauen kann, damit man Verbesserungen ableitet für die nächsten Male und damit man einfach die Start-Ups auf das Business-Leben vorbereitet. Musik 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 Ja, also ich fand auf jeden Fall, es war top durchorganisiert und man hat eine ganze Menge lernen können. Das ging los mit dem Pitch-Training von WIDA, wo man dann mal gelernt hat, wie kann man eigentlich sein Unternehmen richtig vorstellen. Ja, und vor allen Dingen natürlich jetzt heute, wo dann die ganzen Fragen kamen, wo man noch immer viele neue Eindrücke bekommen hat und ja, man hat einfach viel mitnehmen können und vor allen Dingen viele interessante Leute kennengelernt. Es wird ja wahrscheinlich auch immer bekannter werden, je mehr Leute das jetzt machen und dann wird es immer spannender. Und natürlich auch, fand ich super von dir, dass du uns hier mit der Kamera die ganze Zeit begleitet hast. Das Tolle am Rheinland-Pitch ist, dass wir wirklich ein neues Format haben, hier im gesamten Rheinland, wo wir einfach allen Gründern die Möglichkeit geben, ihr Geschäftsmodell zu präsentieren. Wir schließen niemanden aus, alle sind willkommen. Das Tolle am Rheinland-Pitch ist, dass wir wirklich ein neues Format haben.